Aber wo schießen die denn hier? Eieiei, uuuuuh, okay, stay away for the fucking cars, hab's gerafft. So ein Müll aber auch, wie peinlich. Direkt erste Level hier, Duck Ellie voll am abkacken. Peinlich, einfach nur peinlich, nein, nein. Ich hab's ja verstanden hier. Sag mal, okay, das war jetzt, was soll das denn hier? Wollen die mich verarschen? Lasst mich doch jetzt einfach weiterspielen, verflucht. Fail, 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 sag ich nur. Ich bin hier weg. Okay, gut. Wenn ich schon wüsste, wo? Ach, da oben. Ich kann dich sehen, du blöder Sack. Ich glaub, einen hab ich, bin aber nicht ganz sicher. Na komm dann, steh auch auf, du blöder Sack, komm. Alles klar, haben. Oh. Da wach ich die ja alle, muss ich die ja alle hin. Tür. Okay, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Ich bin hier, vor euch. So, ich renne mal ein bisschen vor hier. Muss ich das aufmachen? Nein. Oh. Da schlägt sie wieder. Ach, der schießt hier durch die Mini-Fenster. So, wer macht jetzt die Tür auf hier? Hallo. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für Lichteffekte und so weiter. Das ist richtig geil gemacht, das Spiel. Muss man ja wirklich mal eins sagen. Wenn die rennen, glaub ich auch rennen. Oh. 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 Wow. Das war knapp, glaub ich. Hatte ich nämlich sehr knapp angehört. ja dann press z zu prone ich drücke z aber es funktioniert nicht okay was der blöde zack hier ja 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 was soll ich jetzt hier schießen ja ja direkt fliegt das ganze Haus in die Luft ach da unten war mir ok ok misfit one three in position looks pretty clear roger that we are moving over keep your eyes yes klar watch your sectors i see enemy movement street level geile waffe muss man ja wirklich sagen ich sehe da gerade nur keinen wo schießen denn alle hin ach da drüben ouch ok ok moving wo 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 질 und dem von wäre Ja, wie die die da alle hier abballern. Tschüss. Oh, was war das denn? Okay, irgendwas passiert doch hier gleich. Ja, dann nimm das mal. Moschee. Go, go. Ich bin doch schon hier. Ich warte nur auf euch. Von wegen, go, go. Gott. Was ist mir da für ein Loch reingebottelt, wolltest du haben? Was? Ihr Bekloppten. Macht ihr es aber schwer, warum springt ihr nicht einfach? Hallo. Aber wir müssen jetzt hier in die dicke Moschee hier rein Okay Ja 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 Kommt doch her Ihr Teppichflicker Aua Aua Oh mein Gott eine Granate Ja Das war's dann wohl Was hab ich denn noch so dabei Eine Granate Eine Messer Das war's Da ist doch grad eindeutig einer weggelaufen Oh Das sind Zivilisten Oh hier ist was böse eingeschlagen Oh 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 Okay ich glaube hier ist eine Autobombe Wir müssen diesen Kabel hier folgen Gleich 100 pro Ah Ja Guck was sag ich Ja was ist das so ein Kabel hier Achso jetzt soll ich auch noch hier nach da unten oder was Lalalala Hallo Ratte Oh das hört sich aber nicht gesund an Oh Oh Tja Zu spät Nein Warum haut der mich schief so platt Fisch Schlechte Reaktion Nochmal Das kam überraschend So mal sehen wo wir weitermachen Ach ab da okay So Ja zieh den rechten Stecker Komm zieh den rechten Stecker Zieh den rechten Stecker Ja Juhu Oh Aua Was muss ich drücken Oh ich glaube gar nichts mehr Hohohoho Glück gehabt Okay Welche Richtung nehmen wir denn jetzt Die hier würde ich sagen Oh Was geht denn hier ab Okay Oh Aua Aua Wir gehen mal hier zum Auto Schillen was von kaputt ist Ist der gut oder böse Der ist ganz sicherlich lieb Jetzt war er Böse NOOOOO NOOOOO ENSIDE THE LFG FUN Vielen Dank.